Micha sagt, wir landen alle in Glessen Park auf dem Sportplatz in der Mitte. Micha sagt, stellt euch alle auf die Linie. In einer Reihe auf. Micha sagt, looted alles, was ihr findet und bringt es mir. Micha sagt, kommt alle wieder zurück und stellt euch wieder in einer Reihe auf die Linie. Und Micha sagt, werft mir auch alles hier in die Mitte, was ihr gefunden habt. Geht alle in die Rocke. Ich weiß, die Leoke. Micha sagt, nehmt euch alle einmal im Kreis. Hüpft mal. Er wollte schon hüpfen. Rudi, das zählt schon, weil du hast draufgetrinkt und dann bist du hochgegangen. Tut mir leid, wirklich. GG. Micha sagt, dreht euch einmal im Kreis. Einfach geil. Einfach richtig geil. Steht einmal auf und geht in die Hocke. Springt mal. Micha sagt, springt mal. Ich habe mich doch nicht verzählt. Ich liebe deine Videos, Julian. Micha sagt, springt mal. So, und wenn ihr es richtig macht, müsst ihr normalerweise wieder in die Ausgangsposition zurück, wie ihr wart. Also, es ist einmal eine Ermahnung für alle, die jetzt gerade stehen. Genau. Micha sagt, lauft mir alle hinterher. Stopp. Nein, 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 halt. Einmal er. Ihn habe ich gesehen. Er hat angehalten. Scheiße, wo ist jetzt der andere hin? Ich weiß jetzt nicht, wer es noch war. Ich habe es aber gesehen. Micha sagt, stellt euch alle hier hin. Oh, hat nicht für alle geklappt. Okay, Micha sagt, lauft mir alle hinterher. Schade, es hat nicht geklappt, Alter. Habe ich einen Shampi? Micha sagt, stopp. Micha sagt, hüpft einmal. Ich habe ich einen Blick dahin. Springt? Micha sagt, kommt mit. Mati, danke dir für den Follow. Und Jonas, danke dir auch für den Follow. Er macht Joshua. Bitte keine Links in den Chat reinposten. Dadurch wirst du unnötig getimed. Ich bin der Ver- Das hier bei dir ist. Ach so, jetzt. Okay. Micha sagt, stopp. Micha sagt, springt einmal. Springt. Ihr vier, kommt mal her, bitte. Micha sagt, ihr vier, kommt zu mir. Micha sagt, stopp. Eigentlich müssen wir schon wieder in die Zone, Alter. Micha sagt, springt. Micha sagt, kommt mit. Ach, Mann. Micha sagt, stellt euch aufs Auto, Freunde. Wir versuchen mal alle mit dem Auto zu fahren. Geht das? Können sich alle aufs Auto stellen? Nee, geht leider nicht. Ey. Micha sagt, kommt mit. Fahr ruhig vor. Fahr. Stopp. Er ist eigentlich angehalten, aber er hat es nochmal gecheckt. Okay, gut. Komm. Ausnahmere, Freunde. Micha sagt, stopp. Micha sagt, alle aus dem Auto aussteigen. Micha sagt, herkommt. Micha sagt, hier stehen bleiben. Was ist das Auto weg, Mann? Micha sagt, dreht euch einmal im Kreis. Micha sagt, spring. Geht in die Hocke. Micha sagt, geht in die Hocke. Micha sagt, einmal spring. Micha sagt, dreht euch mal. Diggi, die sind einfach zu hart zum Frechen. Micha sagt, geht alle in die Box. Michas sagt, kommt alle raus. Der letzte stirbt. Ey. Okay, er ist der letzte. Sebi, bist du es, ne? Du bist Sebi. Nein. Du bist. Micha sagt, läuft schon mal alle in die Zone. Nein, er ist. Das war nicht, Sebi. Aber ich habe ja gesagt, er stirbt. Diggi. Wenn es nicht anders geht, dann nur so. Micha sagt, drop deine Waffe. Stopp. Er ist angehalten, Diggi. Du bist angehalten. Doch, 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 doch. Freunde, nicht böse sein. Wenn ich jemanden versehentlich kille oder so, der doch nicht dagegen war. Freunde, das ist meine vierte Runde jetzt. Dann meine vierte. Dann tut es mir wirklich leid. Ich habe ja gesagt, stopp. Ich habe gesagt, laufen. Stopp. Haha, ihn habe ich gesehen. Diggi, ich habe dich gesehen. Du hast angehalten. Oh Mann, das war Auto One. Ja, selber schuldig. Micha sagt, stopp. Hahaha. Wie einfach, wie einfach weitergelaufen ist die ganze Zeit. Hahaha. Ist da noch jemand? Nee, ne? Nur noch wir. Micha sagt, springt. Einmal in die Hauke. Micha sagt, springt. Micha sagt, einmal im Kreis drehen. Springt. Wirklich? Einmal drehen. Micha sagt, springt. Einmal in die Hauke. Er ist kaum knackbar. Micha sagt, alle mal in die Box. Micha sagt, alle in die Box. Rein hier. Micha sagt, alle raus aus der Box. Der Letzte, der stirbt. Ohne die Wand kaputt zu machen. Das ist frech. Das ist echt frech. Micha sagt, lauf raus. Mir einfach nicht laufen. Winko? Ja, okay. Ja, okay. Fail, egal. Micha sagt, tanzt. Aber zu viele Sounds auf einmal. El Elk, moin. Micha sagt, springt. Ausgangsposition hat er richtig gemacht. Micha sagt, dreht euch einmal im Kreis. Er hat sich im Kreis gedreht. Micha sagt, springt. Freunde, ihr müsst, wenn ich sage springen, müsst ihr wieder tanzen, weil das die Ausgangsposition war. Micha sagt, springt. Springt. Er wollte springen. Sorry, Digi. Tut mir wirklich leid. Er wollte springen. Ich habe es gesehen. Irgendwann müssen wir ja dem mal ein Ende setzen. Micha sagt, kommt mit. Mann, scheiße, Alter. Micha sagt, stopp. Micha sagt, laufen. Stopp. Er war leider, er wollte anhalten. Ich habe es gemerkt. Er hat angetäuscht. Er hat angetäuscht und dann gemerkt, dass es falsch war. Er hat angetäuscht. Micha sagt, stopp. Micha sagt, springt. Micha sagt, springt. Micha sagt, kommt mit. mich hat sagt stopp mich hat sagt fight es ja wo gewinnt gewinnt ich weiß der eine wo jetzt jemand der jetzt blue life hat ist richtig scheiße richtig kacke ich weiß es kann ewig gehen ich hier mein life ich gucke von hier oben zu gg es ist toxics dg an dich dg du hast gewonnen bring mich gerade um du darfst mich umbringen wenigstens da hast du mich mal umgebracht mich hat sagt gg